Warte, vielleicht müssen wir warten bis John hier ist. Ich bin jetzt einfach mal drin. Okay, es geht. Party ist zu groß. Es klappt. Also für du ist jetzt Party zu groß. Alles andere können mit spielen. Also es ist jetzt normales Trio, oder was? Ja. Einfach mal schnell zwei Orientierungsmatche hintereinander gewinnen. So, kann man ja mal machen. Ja. Ach Gott. Krasn-Typisch. Warum ist Playlist wiederholen aus? Bitte an. Und Zufallsmix bitte auch an. Ist ja lästig. Viel Glück, habt Spaß. Und nicht draufgehen, ja? Gesundheit. Danke. Nicht von dieser Welt werde ich nie machen. Los geht's. Muskelkater kickt gerade rein. Muskelkater kickt rein. Tut er bei mir auch schon den ganzen Tag. Bei mir tut das erst, seit ich hier, seit ich pengen gegangen bin. Alter, guck mal, der hat... Guck mal, wie viele Kills der hat. Der hat 3.800 Kills mit diesem Charakter gemacht. Oh, wieder gegen die übelsten Sweater. Alter, die Karte ist ja mal... Die Karte ist ja über insane. Ja, wir gehen anwesend. Das ist der beste Spot im Game. So eine Luft... So eine Luftstadt, Alter. Wie awesome ist die denn? Ja. Philipp, drück mal. Ähm, Jumpmaster übergeben. Ja, warte. Ah, jetzt John Doerr. Okay, spring einfach hier hin, John. Hehehe. Okay. Hier ist der Hotjob, ne? Da landet jeder. Das ist... Nice, gut. Dann ist es gut, dass wir jetzt auch da landen. Macht so Bock da. Jo, ich sehe auch schon 20... Ich sehe 20.000 andere Leute, die hier auch noch kommen. Ja, da werden die ganzen Löler auflanden. Ja, zillig. Das wird hoffentlich. Und ich habe keine Waffe, geil. Meta. Warum genau? Wollten wir hier hin? Okay, jetzt keine Ahnung. Ich habe eine Waffe. Nach mir werden Nades geschmissen. Ich finde das nicht cool. Ich immer noch nicht. Okay, ich habe die Lala erwischt. Okay. Cool, ich habe keine Waffe. Ich muss hinter dir bleiben, Robby. Du musst zum nächsten Haus gehen. Ja, aber ich kann da jetzt nicht alleine hingehen. Sonst ficken die mich halt einfach. Ich habe eine Waffe. Ich kann die dir droppen. Die hat die gleiche Munition wie meine andere. Wait, vielleicht finde ich hier jetzt auch eine. Ansonsten ja, nehme ich gerne dann an. Ja. Wie droppe ich die Waffe? Okay, dann müssen wir jetzt John. Immentar und dann nach rechts rausziehen. Also gibt kein Shotcut dafür. Glaub nicht. Oder G. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht. Nee, G nicht. Nee. G ist Granaten. Ah, hier, hier habe ich Waffen. Hier habe ich Waffen. Ich habe jetzt eine Waffe. Der Revolver. Ja, es sind auch nicht so viele hier gelandet. Na, da sind aber ein paar mit uns runtergefallen. Ich frage mich, wo die hier sind. Hier oben sind wirklich viele. Ich habe auch schon noch einen geschossen. Oh ja, hier sind Waffen. Oh, hier sind richtig Waffen. Ich habe auch zwei richtig geile Waffen. Okay. Oh Gott, ich bin verschossen. Wo, 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 wo? Komm hier rein, komm hier rein. Irgendwo dahin. Abwinscht. Ich habe dein Schild auf jeden Fall gecrackt schon mal. Ja, da hinten ist auch noch einer. Ping mal bitte. Ich habe einen Sniper. Ja, den siehst du jetzt nicht mehr. Der ist schon ganz weit weg gewesen. Huch, das wollte ich eigentlich nicht. Da drüben. Hier vorne, passt auf, links. Der piekte auch ganz aggressiv die ganze Zeit. Von, heal dich bitte. Ja. Ich habe den ein paar Mal, ich habe den ein paar Mal schon gehalcated. Ui. Oh, close rechts. Die werfen auch Nades und alles. Hier rechts kommt einer. Da, da hat er gepiekt. Jo, der ist da. Rein, Bogenstern. Ich komme jetzt hier links. Cracked. Der hat, ja, der hat auch Low. Der muss Low haben, der eine da vorne. Oh, hinter mir, hinter mir Hilfe! Ich bin down. Ja, da sind drei Leute hier, mich hilft der. Ach, Digger. Oh, Gott. Ich habe so krass gegen drei Leute kämpfen müssen. Boah, ich habe auch so viel Schaden gemacht. Das ist unglaublich. Ich weiß ja nicht, wie schnell die sich umarhielen alle. Na, ich habe auch 179 Schaden gemacht. Ich habe mich gerade mal 30 gemacht. Ich muss die ganze Zeit immer weggehen, weil ich Low war. Hattet ihr gesehen, wie ich hatte? Weiß nicht mehr. Ja, sieht man doch. Ach, so 238. Damage. Okay, ihr müsstet jetzt, glaube ich, beide einen Pack haben. Ja. Ja, ja. Ich habe wieder eins. Okay, dann geht mal rein. Ich hoffe, ihr zieht was Geiles. Skins, Skins. Leute, ich habe einen Skin für den Roboter gekriegt. Und dann durch. Ich habe eine Pose. Und einen Skin für so eine... Für eine... Was ist das? Eva 8? Eva 8. Jetzt brauchst du nur noch einen für Adam. Ja gut, der sieht jetzt nicht so nice aus, aber ist okay. Wer tut es nicht auf unserem Weg? Noch der heutige Tag riecht nach Sieg. Ich liebe es so zu tun, als könnte ich etwas riechen. Schnüffel, schnüffel. Viel macht mir nicht Angst. Aber eine Niederlage. Das wäre echt mies. Ich darf vorstellen, euer Champion. Na, chillig. Der ist Diamond einfach. Wie findest du das? Das ist ein Ranked Diamond. Ist das Bohnenlos. Das ist die drittbeste Ranked-Dings, die es gibt. Und der ist Diamond 5, also wirklich 1 vor Ranked-Up. So, wo gehen wir denn hin? Nochmal da oder wieder was Gechillteres? Da ist ein bisschen Gechillter. So ähnlich. Ja, dann machen wir mal Gechillter. Machen, es geht los. Das ist auch meine Lieblingsmärkte. Ja, die sieht schon echt krank aus. Okay, diesmal auch instant eine Waffe. Ja, ich brauch einer. Junge, schwing dich doch ganz nach oben. Was soll denn das? Ich glaube, hier ist auch keiner mitgekommen. Neuer Killspitzenreiter. Schön im Auge behalten. Ich kann die gesammelten Dinger einfach nie auf meine Waffen verwenden. Liegt noch Energie-Munition? Ja. 40 Schuss. Junge, jetzt schwingt sich einfach nicht bis ganz nach oben. Ja, wir brauchen jetzt echt mal bessere Rüstung. Oh, komm mal nicht weit. Also, ich hab blaue Rüstung schon, drei Balken. Kehrpaket ist unterwegs. Ich geh mal meine Rüstung upgraden. Und ich muss jetzt hier immer so ein Ding noch einsammeln. Oh. Fuck. Ja. Hier, falls das einer braucht. Das ist legendäres. Vielleicht könnt ihr das ja bei euch raufpacken. Ich kann's nicht bei mir haben. Neuer Killspitzen. Kontakt mit C. Hier geht ja gar nichts ab, wa? Ja, eigentlich schon, aber es war relativ abseits. Ja, komm und hol dir dein Geburtstagsgeschenk. Juck. Neuer Killspitzen weiter bestätigt. Neuer Killspitzen weiter. Augen aufhalten. Dabei gar nichts für Longrange, ne? Nichts. Okay, diesmal hat der Boost wenigstens mal richtig funktioniert. Endlich sogar ein großer Rucksack. Sehr schön. Okay, die 2-0-Kong, lass abhauen. Die Mälen, in der Steck-Squat. Bis zum nächsten Mal. Da kommt ein Replikator! Der Champion hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Okay, jetzt werden wir gleich fighten, jetzt müssen wir move'n. Achtet auf ihn! Erweiterter Versorgungsbehälter! Hier! Hab' ich dich! Zusätzliche Ausrüstung hier drüben! Irgendwas brauchbares... Hier sind auch Laufstabilisatoren... Ich bin halt eigentlich in einer kompletten Öler-Runde, ne? Ich glaube, jetzt werden gleich die richtigen Sweater kommen. Gut möglich! Also wirklich, da war ja einer, der hat ja wirklich 4000 Kills mit einem Charakter gemacht. Das ist ja geisteslang. Der spielt nicht seit gestern, auf jeden Fall. Oder seit heute, so wie wir. Da, da! Ja! Anhit! Wie der sich schon bewegt, ich bin... Ich bin kotzen, wie der sich schon bewegt, ey! Eieiei! Muskut muss meine Schilder aufladen! Woah! Okay, hier close! Sag hallo! Heile mich! Bin trotzdem wachsamer! Leute, er kommt hier! Er tötet mich! Ja, was stehst du denn da drü- Du stehst einfach komplett offen! Jo, was ist der drückt, Alter! Oh, die kommen alle! Ja, und hier kommt auch noch einer! Oh, Digarioli kommt sie! Ja, okay! Also, der eine, dem hab ich richtig gut gedrückt, aber dann kamen die anderen beiden noch mit rein und dann sind die zu dritt einfach gestürmt! Ah, Sunset, ne? Das war alles bei dem einen Typen, die 174 verursachten Schaden! Ich wollte ja auch Warcraft noch aufnehmen! Das geht natürlich auch! Oder Battlefield 5! Battlefield 5 wollte ich eigentlich auch spielen! Aha! Achso! Spielst du das auch nochmal? Spielst du? Ich bin extra wieder installiert! Tatsächlich sogar bevor du erwähnt hast, dass du es aufnimmst! Krass! Und ich bin jetzt fast durch damit! Ich hab das wieder installiert, nachdem ich ein bisschen Company of Heroes gespielt hab! Achso! Und jetzt spielst du auch wieder die, äh, Dings durch? Die, äh, ganzen Kriegsdinger? Ja! Also die ersten beiden hab ich zwar schon mal durchgespielt, aber es ist halt auch schon wieder lange her! Lass einfach mal direkt hier hin! Okay! Why not! Spielst du rechts? Bei Battlefield 4, äh, bei Battle... Bei Battlefield... Ja, so ein bisschen zu sagen! Ja, genau! Genau! Bei Battlefield 5, da bin ich jetzt auch fast da! Also da bin ich jetzt fast am Ende der Kriegsgeschichten! Das Game bockt auf jeden Fall! Da gibt es übrigens auch so einen Koop-Online-Modus, soweit ich weiß. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Da kann man so ein paar Missionen dann im Koop spielen. Zumindest habe ich das irgendwann mal auf YouTube gesehen. Ach, Junge, es sind auch wieder beide Waffen mit der gleichen Munitionsart, ey, ich könnte kotzen. Okay, die muss man aufladen, das ist schon mal scheinbar. Digga, es interessiert ihn gar nicht, er schießt einfach. Ich muss ja die Waffen austesten. Hier kommen irgendwelche Gegner und das ist ihm auch egal, ey. Ja, ist es halt. Oh, Scharfschützengewehr, besser. Hier ist ein Schatzpaket. 45 Sekunden, Ring ist weit entfernt. Ach, das bist du, Digga. Halben Herzinfarkt gekriegt hier. Ja, das bin ich. Rüstung wäre mal ganz nice. Ich habe schon Rüstung. Schön für dich, ne? Schön für dich. Da gönnt er auch einfach nicht. Hä, das ist, ich sag schön für dich und ich gönne nicht. Ne, ne, das war so ein, so ein nicht gönnerischer Unterton. Hä? Das verstehe ich nicht. Ne. Das verstehe ich auch nicht. Bin ich zu alt für, scheinbar. Ich spreche mal ein Visier. Jetzt habe ich mal eine Waffe, wo ein Visier rauf kann. Jetzt habe ich aber eigentlich kein Visier. Ey, es ist im Kotzen. Ich habe eine Sniper. Ich habe eine Sniper. Ich habe eine Sniper. Mit einem Judenvisier. Aber dafür nicht viel auf der Zeitwaffe. Also nicht viel Muni. Schon ein Gegner jetzt sieht? Ne, aber da hinten wird scharf geschossen. Ja, da müssen wir hin. Augen auf den neuen Killspitzenreiter. Oh Leute, es geht ja wirklich. Ich kann mich wirklich einfach an der Seilrutsche lang schwingen. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Cranker fit. Nicht wahr? Ich glaube, ich verschaffe mir mal ein bisschen High Ground. Und warte mal. Wo kann ich denn hier ran? Nein! Das funktioniert nicht. Man kann da oben nicht rauf. Was machen Sie denn da schon wieder? Ne, ich wollte da oben auf die Säule rauf. Okay, was fliegt da rum? Ich weiß es nicht. Das ist aber kein Spieler mit einem Fahrzeug, oder? Ne, ich glaube nicht. Vielleicht irgendwas, was er sich bestellt hat oder so. Achso, wir laufen hier Richtung Zone, ja. Kann man machen. Eine Hälfte erledigt, eine Hälfte übrig. Da vorne geht echt knapp. Ich kann auch gerne ein bisschen Action, bin ich ehrlich. Verständlich. Ganz ohne Action ist auch nicht gut. Achtung, der Kehrspitzenreif. Schon wieder alles zu chillig hier. Da unten, da unten. Wo unten? Da unten, okay. Oh, ich habe dem Damage gegeben. Ordentlich Damage. Renne ich alleine so krass rein? Guck doch bloß ein bisschen. Der hat schon ein bisschen geschluckt. Und ist da hinten noch irgendwo. Ja, ich sehe ihn. Er ist oben auf dem... Oh, die Zone kommt, die Zone kommt. Nicht gut. Oh ja, das ist wirklich nicht gut. Ja, ich glaube, ich sterbe jetzt einfach durch die Zone. Oh Gott. Lass mich... Alter, wie weit kommt denn die noch? Hä? Hört die mal auf. Aber ihn erwischt zuerst... Oh, da vorne sind auch zwei. Direkt hier vorne. Das ist jetzt wirklich nicht gut. Wir dürfen da auf jeden Fall auch gleich lang kommen. Alter, was? Was ist mit der Zone, Digga? Ich hau ab. Ja, viel Glück ohne mich. Viel Glück ohne mich. Nein, ich komme auch gar nicht durch. Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Ich dachte, ich kann da einfach easy durch. Boah, das ist echt viel Damage. Das ist echt viel Damage. Die Zone hört nicht mehr auf. Ich dachte, das ist immer nur in kleinen Schritten. Aber das ist gut, die Zone. Oh, ich bin wieder drin. Oh, oh, oh. Ja, die campen komplett ab. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Die campen komplett ab. Ja, gut. Das war unlucky. Ich bin wieder hier.